die autos jahre sind könnte komplette dreier reihe einmal rum ja super das heißt die kommen genau dadurch wo wir sie nicht haben wir haben dreier reihen fast durchgeglich drum ja genau was ist ja das was es gibt nur eine stelle ich habe aber noch 89 aber gleich noch mal entschieden ja noch eine in game stunde ja kann mir einer noch mal die restlichen die jetzt noch gerade durchgelaufen sind droppen also vor allem was in den fortschritt noch rumläuft sagen wir machen was noch mal das ist eigentlich keine schlechte idee wir könnten ja mal mehr raketenwerper spawnen lassen oder aber damit macht auch die kaputt hier drin hängen und geschießen darauf hast du den block dabei er gesetzt wissen dann noch draußen ja ich bin da kommst du rein wieso ich habe noch ein box setzen ich kann ich bin da bei 14 13 sekunden zum bau sitzt der nach dem zocken gerade da ach so denn setz ihn an die unter die decke ich habe nichts essen dabei verdammt guck mal in der kiste an der säule proxy man mit den nerven da ist okay das sind die weg mehr action rausgenommen worden das ist nicht gut aber dosen sind auch da und eier sind noch da das ist gut vielleicht ja da ist noch das noch dosen ich hole noch ein paar dosen ja hauptsache zu futtern soll ich hoch kommen ja aber native könnte auch langsam kommen kannst du mal zu machen ich komm gleich dann kommt schon ob das ich muss wenn die frames wegnehmen dann kommst du ja auch nicht mehr rein ich habe genau der komplexe ich habe keine waffe ja hier jetzt habe ich keine kam es zu uns mehr jetzt ist egal jeder könnte solche noch das sollte heißen ich krieg das dach nicht mehr komplett fertig aufgegeben aber egal jetzt machen wir mal ganz easy going hier spikes kommen dahin oder zwei aus süden ja haupteinkommen die bütteln sich da unten rein der ist hinter der rampe irgendwo sind die sind die buddeln sich da hinten die buddeln sich da hinten durch könnt ihr noch sehen richtung süden buddeln die sich rein die sind glaube ich schon die sind zwei block unterm boden die buddeln sich durch an der rampe acht block von der rampe richtung alte base buddeln sie sich durch das ist doch meistens aber gut gemacht das ist super wir hatten da gegraben verdammt ich höre ich habe licht jetzt haben wir mal leuchte im loch wer hat denn da gebuddelt richtung nordosten kommen einige noch im kopf und 32 gelbe grüne gelbe gelbe spider drei gelbe spider vier gelbe spider ein kopf explodiert bleiben noch ein neuer kopf richtung nordosten der kopf geht auch ins loch ich weiß es nicht wir haben nachher 20 zombies unten drunter drei scheiße da hinten ist ganz schön was los jetzt ist er nicht mehr da der war da unten ja warum warum war der überhaupt in dem loch drin komplett verteidigt ich habe ja nur ein einzelschiff ne aber da müssten wir von denen alles wurde ein leuchte ich sagen der ist weg leuchtmutter kommt die rampe und scheiß da kommt hier fünf oder ist da steht wieder die lebt ja also wieder zu weit vorher als wenn ich doch nichts mehr hätte jetzt ist aber down ne lebt noch echt? dreimal? oh boah was denn? jetzt ist aber weg jetzt zappelst du noch um okay das geht nicht echt jetzt? alter falter ich fasse es nicht er fährt mit dem rad rum alter verwehr er sah aus wie ein zombie sorry ohne wir haben polizisten und keine money mehr jetzt ist äh ja nordwest polizist jetzt wirst eng und einen grünen spider auf der straße eben gesehen also ich sehe auf der straße und sehe das andere doch ach nur ein bisschen nur ein bisschen ist das Fahrrad noch da? ja klar der Fahrrad geht noch da da sind auch grad keine zommigen ich über mich um den Boden oh der Fackel lau scheiße noch nen Kopf mit Mädels grüns guten Abend Abend ja bündnis 90 die grünen genau ja 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 ich hab keine Molle ja ich hab keine Molle ja ich hab keine Molle ich versuche den Kopf zu treffen aber ich treffe mich so okay Kopf ist weg holy shit oh shit ey 5 5 ferale watschel dartschels ich weiß nicht was du auch scheiße sagst auf der straße grad action die gehen alle native unter dann sollen sie und Brause erstaunlicherweise nicht als zu viele läxst ist es genau ich habe noch ganze 8 fps fantastisch na wir sind gerad ja 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 ja呀 getroffen. Ich muss mal kurz hochheilen. Wir haben Spucker auf Nordwesten. Okay, jetzt wird langsam eng. 9 FPS, 8 FPS. Scheiße, Gegenstand muss barriert werden. Jetzt muss ich runter. Ich mach mal die Forges aus. Keiner Unsinn. Aber das ist natürlich blöd. Wobringen auch unsere Spikes so wenig, die ich nun gestört und erweitert habe lassen. Das ist aber keine Pfeile. Ja, läuft. Deswegen hätte ich zugemacht, weil dann gehen sie durch die Spikes, weil dann kein Gang offen ist. So laufen sie die Spikes. Die laufen ja nicht da durch, weil die außen weghalten von den Spikes. Wow, ja, die Spikes. Oh, da ist ein Wind. Das war knapp. Was war das? Leuchtspucker auf Haupteingang. Oh, scheiße. Das habe ich zu spät kommen sehen. Hast du die Munition im Gürtel? Shit. Ich habe wirklich nicht runtergefallen. Zwei Leuchtspucker auf Haupteingang. Ja, ich bräuchte ein Repair Kit. Ich habe nur noch 5 FPS, ich kann mich nicht mehr bewegen, richtig? Ja, ich habe gerade mal hier. So ist es. Wo ist der Leuchtspucker? Haupteingang. Ach, scheiße. Ich bin hier genau begegnet worden. Einmal habe ich ihn getroffen. Leuchtspucker down. Der ist tot, einer ist aber nur... Ja, der ist auch wie nach Süddeutschland. Scheiße, die sporen direkt wieder nach. Ja, das gibt es doch gar nicht. Oh, da ist noch einer. Links vom Haupteingang ist noch ein Leuchtspucker. Bei dem, was ich hier sehe, beruhe ich mich nicht, wenn du das... Oh, scheiße. Wie geil. Das war Kamikaze-Sprung, ja? Wie geil. Das ist aber geil. Worum seid ihr so zufrieden? Ich hoffe, die kommen nicht über die vier Block, ey. Ohne Scheiß. Einmal habe ich ihn getroffen. Die kommen alle zu mir. Nate, was machst du denn hier? Die kommen nicht alle zu mir. Zweimal. Okay, Leuchte ist down. Der Leuchte ist auch down. Alter, wie viel sind das hier? Äh, genug. Scheiße, man. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Du kannst also nach Süden einfach höchst in die Menge schießen, irgendwas triffst du schon. Ja. Alter, was ist hier los? Die ist echt... Ich glaube, das hält nicht mehr... Nein, kommen noch 20. Alter. Ich glaube, das hält nicht lange. Noch ein Leuchte. Lassst du auf die Spucker und... Aber ich werde jetzt einfach nur was recht nehmen. Oh, ein Haus. Ja. Ja. Und passt auf, die Spucker gucken zwar nach Süden, aber die Spucken nach Norden. Naja. Beide auf der Treppe. Ich muss mich gerade heilen. Ist wieder runter. Boah, ich muss mal leveln hier. Ja, na klar, das hast du jetzt. Das war jetzt kein Problem. Das habe ich nebenbei eben auch gemacht. Level 3. Es gibt nur noch 30 Pfeile. Ja, hier, Healing-Faktor ist wichtig, ne? Das kann dann schon was bedeuten. Das kann einen Unterschied machen, ja. Ein Healing-Point mehr ist schon was. Leute, werdet ihr glücklich, wenn ich mir gleich noch Frame setzt? Wenn ich sage, jetzt drei Frame setzen? Wird schwierig bei 4 FPS. Nehmen Sie mal ein bisschen mit, ne? Das wäre ein bisschen zu riskant, oder? Ja. Vor allem sind hier 5 Zombies vor der Tür direkt. Das ist richtig kalt. Also, ich sehe jetzt hier noch zwei... Spucker-Cops sehe ich hier noch. Nein, ich sehe sie nicht spucken, aber ich sehe sie nicht laufen. Einmal habe ich ihn jetzt wieder getroffen. Oh, Wunder. Einmal. Zweimal. Wow. Zwei Spucker auf der Rampe. Also, hinten mit mir sind dreimal. Den Leuchtspucker habe ich jetzt dreimal getroffen. Ja, ich auch ungefähr. Dreimal. Gibt schon her, ja. Viermal. Leuchte Spucker gleich. Na, solange man den beschießen... Alter, hier leuchtet alles. Spider. Shit, oh. Ich bin wieder da, aber hier wird... Wow. Fünfmal. Einmal noch getroffen, er ist wieder runtergefallen. Spider ist nicht gut an der Stelle. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Wie, es gibt Stellen an die, äh, ein Spider nicht gut ist, was baust du? Der Leuchten ist... Spider sind da runter. Das ist jetzt mein Problem, dass wir kalt ist. Ja, das ist mein Problem. 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 Ja, da kommt der nächste Leuchte. Sieht aus. Da ist mein Rucksack. Boah, ziemlich easy. Mhm. Also, fürs nächste Mal bin ich dafür, wir brauchen uns gar keinen Base. Wir werden das einfach so überlegen. Wir rennen einfach draußen rum mit 4 FPS. Das ist die beste Idee. Acht Fahrräder und gut ist, oder? Das geht ab. Jetzt Mollys sein werden. Wer war denn das? Was? Bei mir ist das eine Papete eliminiert. Okay. Das ist... Oh. Wir haben noch einen Spider auf der Kette. Alter, ich hab noch 7 FPS, ich kann mich nicht mehr bewegen. Unter 5. Oh, U5, okay. Äh, äh, was? Ich muss mir das gleich nochmal angucken, das tut mir wirklich so leid. Ich muss noch mal kurz zurück. Ich hab noch nicht gerechnet, was das ist. Oh shit. Rebar Frames sind weg, das ist nicht gut. Bolle auf der Kette. Explodiert. Explodiert, jawoll. Weiter Bolle war dahinter. Der Fahrrad ist hier vorne. Der Fahrrad ist hier vorne. Warte, hinter dir, hinter dir. Einmal kurz abgelenkt, danke. Sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Vorsicht hinter dir. Das ist laut. Warte hinten, komm mal am Böde. Ey. Oh, ja, ist noch Spucker. Vorsicht. Hier ist noch Pfeile. Ja, äh, nimmt mein Rucksack, der auf dem Dach liegt. Ja, ich sehe noch Pfeile drin. Hier liegt noch ein. Ja, wir haben noch Pfeile in der Kiste. Noch ein Spucker. Spucker. Ja, ja. Spucker. Nicht mehr. Ach, soll das gut aus. Gut. Komm, der Geier hat noch ein Spucker an der Trette. Gut. Okay. Ich habe auch noch was hinter mir laufen. Ja, sammle die mal hinter dir zusammen und dann fahr hier nah dran vorbei. Kommt doch mal alle hier rein in die Scheiß. Spreng über die Rampe mit der Kabe. Ja, dann kommt die Molleis. Ja, dann kommt die Molleis. Kommt doch mal alle rein in die Scheiß. Alter Falter. Ja, direkt rein. Die dürften kaum kaputt sein. Ey, wie krass. Wir haben es überlebt. Er brennt. Er brennt. Oh, ich habe ihn jetzt nicht einmal. Hinten. 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 Was? Der Nagel. Ja. Hier wird nichts genagelt. Die wird nur noch geschraubt. Glaubt. Der ist hin. Der ist hin. Rechts der Polizisten. Ja, ich bin dabei. Wow. Munition, aber keine Waffe. Das ist krass. Aber ich höre doch noch so viel. Sind die, die sich reingebuddelt haben? Oh ja, aber die sind doch im Loch, ne? Ja. Warte, ich werf da Molly rein. Ja, ja. Die sind ja rein. Werf da Molly sein. Das sind keine mehr. Nicht? Nicht? Das müssten ja irgendwo sein. Aua! Hört auch noch was. Da unten sind noch welche. Oh, scheiße. Scheiße! Nein! Nein! Ich werde sterben. Da raus. Äh. Wer war das denn? Ach du Scheiße! Was hat der hier alles gemacht? Ich kann dich nicht von den Zombies unterscheiden mit deiner Hotfarbe. Was hat der hier alles gemacht? Äh. Totaler Wahnsinn. Also früher hätte es geklappt in der Alpha 16. Ja, Frühjahr. Frühjahr ist vorbei. Jetzt haben wir, äh, Sommer. Wurde dir jetzt ein Proxy ein. Was? Der Proxy ist noch unten ein. Da ist noch Action. Da ist noch Action? Ich bin gerade weggelaufen. Lass mal noch ein bisschen unten bleiben. was habt ihr da gemacht nicht wenn ich im menü bin ich weiß mal so ein molly und das geht so schnell aber schnitt 600 game stage okay das ist heftig wir hatten da seine seine mollys nicht unter kontrolle das war meiner sportlich ins loch werfen wenn ich noch nicht bitte ich will meinen rucksack holen okay danach werf es alter spiel wir hatten das hier unten gebaut hat mal wieder irgendwas gemacht was er nicht sollte ich habe ja 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 direkt vor der haustür so und kaputt war noch keine horden wales von uns das stimmt ja unten sind noch nicht mal steine beschädigt ja da weil die nicht durchgekommen durch den zeichn aber wir haben ja die leute nicht zu den zwei kommen dass mich jetzt jetzt echt mal wirklich interessiert wie das jetzt gewinnt wenn wir sie nicht weggehalten hätten oder wenn native und 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 brause das nicht gemacht hätten ja gut bei dem menge zombies kannst du rechnen das bett 44 schläge ein block weg fast war noch ein feuerwehrhaus eingestürzt ungefähr eine viertel stunde gehalten die bank ist eingestürzt aber vorher hat noch fast zu meinen schutz geboren das beste war immer noch dass zweimal mit dem fahrrad rumgefahren sind die base gehen welcher arsch hat denn jetzt darum reisen die gesetzt dass ich hier nicht mehr rauskomme was für eine beschissene scheiße ruhe daneben endlich bin ich wieder voll den wer war das was für eine beschissene scheiß ruhe dazu noch ist ja weil die gerade gesagt wurde das ist ja auch eine maßnahme dass man sagt man macht fahrräder für alle und fährt einfach nur und lockt die dann hier bieten ein mietfeld oder oder als pikes feld reiben das richtig war soweit ganz gut wie viel hast du davon du arsch alter von den von den spikes von den mollis was sollte das denn jetzt ich muss mich eben auch mit dem fall erschossen was wann ja eben nachdem ich meinen molly auf dich geworfen habe ich habe mich auf dich geschossen doch das ist nicht klar klar auch wir verteidigen das hier ne ja ich verstehe ich suche ja gerade mal wer hier wer ist und das mit einer pistole auf die entfernung auf dem pfeil auf die das schöne entfernung alter was war das denn für flug das klappt das wie er weggeflogen ist du kleiner ich hab gedacht du wirst äh aber ich habe gedacht du hast wieder nur mein fuß gezielt und so weiter man kennt das ja man kennt das ja man kennt das ja ich hab gedacht aufgrund des ähm das ist das wie heißt das ding hier das mining helms hä soldaten hinter euch oh geil mein 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 bett ist irgendwie anscheinend weg das ist ach guck mal hier wie er hinter mir steht alter komm du weichein glückstreffer danke guck mal hier der spike-Tester hat auch gleich noch gemacht super hier seid nett zu mir das läuft alter was ich weiß es wird ihm nicht ganz richtig ich bin noch nicht mal wach gewesen hat mich jetzt erschrocken scheiße wer war das alter ach du warst das ach du warst das ach ich dachte das wäre bräubolf gewesen der bräubolf hab ich glaube ich gerade hier hab ich mit Feuer jaja gut ich will nicht da ins Triebe sehen wie du wieder die richtigen klickst so oh da haben wir überstanden ja oh ich muss auch so langsam werden schon mal runter gehen jetzt habe ich gar keine Muni mehr so willst du noch ein paar Pfeile haben? ach ne ich hatte schon die ganze Zeit keine Muni außer Pfeile aber ach mal ich hab nicht mal Pfeile jetzt geht er jetzt geht er jetzt geht er Cap ist sicherlich auch gerne mal los genau weil es gerade bei mir eingeblendet wird wer donnerstags bei uns mal mitmachen möchte einfach bei Aldo melden wir spielen in der Regel zwei Donnerstage hintereinander und nur Vanilla rein Vanilla und nur Vanilla ihr müsst keine Mod runterladen ähm ne einfach mal melden wir sind da offen wir spielen auf dem Server wir haben momentan glaube ich keine Begrenzung ich dachte wir spielen an der PC nur dass wir eben halt zwei Donnerstage hintereinander spielen wollen ja und es lohnt sich kann man auch sollte ich mal so sagen ein bisschen nuit eine die 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 Vielen Dank.